Nationalteam vom Fürstentum, Lichtersteig gegen das Nationalteam aus der Schweiz. Das Spiel fängt in wenigen Minuten an, die Spieler sind bereit und das gilt auch für den Kommentator Sascha Ruefer. Eigentlich könnten wir ja anfangen hier in Lichtenstein, würde noch nicht ein Detail fehlen. Und das hat er irgendwo bei sich, der Mann, der da hoch über dem Stadion kreist, den Ball nämlich. Der kommt nämlich heute aus der Luft. Urs Fetsch ist das. Seit über 20 Jahren ist der Fallschirmspringer, hat in verschiedenen Formationen bereits mitgemacht. Ein ganz sicherer Pilot, der das Arbeitsgerät für den heutigen Tag sicher hier in Waduz zu Thale drückt. Schweiz gegen Lichtenstein. Zum siebten Mal wird diese Partie zwischen den beiden Nachbarn ausgetragen. Es ist...